Niob wurde 1801 durch Charles Hatchett in einer Probe von Kolumbiterz entdeckt. Hatchett benannte das Element allerdings Kolumbium. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ging man davon aus, dass es sich bei Kolumbium und dem 1802 entdeckten Tantal um dasselbe Element handelt, da sie in Mineralien fast immer zusammen auftreten. Erst 1844 konnte Heinrich Rose zeigen, dass Niob und Tantal unterschiedliche Stoffe sind. Er benannte das wiederentdeckte Element aufgrund dessen Ähnlichkeit mit Tantal nach Niobe, der Tochter des Tantalos. Niob ist ein grau glänzendes, duktiles Schwermetall mit einer Dichte etwas höher als Eisen. Auch Niob bildet eine Passivschicht aus, die es an der Luft sehr beständig macht. Niob wird vor allem als Legierungszusatz für rostfreie Stähle und Nicht-Eisenlegierungen verwendet, da sich Niob-legierte Werkstoffe durch eine erhöhte mechanische Festigkeit auszeichnen. Bereits in Konzentration von 0,01 bis 0,1 Massenprozent kann Niob die Festigkeit und Zähigkeit von Stahl wesentlich steigern.